liegen bleiben dieser kleine wichser scheiße muss nachladen spiel wieder ein bisschen cod schön aus der ego perspektive hat gekackt kannst du auch wenn die ganze scheißen alter mitten durch den baum du musst überlegen ich hoffe ich habe gerade in der ego perspektive und gucke noch durch ironside durch deswegen da habe ich dann da habe ich einen kleinen schädel noch gesehen habe ich halt drauf geschossen kaputt da kannst du mal ein videoclip machen sieht bestimmt lustig aus